So, wir sind zurück an der altbewährten Stelle. Da sind die Pferde, die wir noch mitnehmen wollen, in Einzelteilen aber mitnehmen wollen. Dankeschön. Und da müssen wir gleich mal gucken, wie viele Leder wir jetzt haben. Und 39, das heißt, wir dürfen gleich genug haben. Aber ich würde mir die Wüste gerne trotzdem nochmal angucken. So eine Wüste kann ja auch mal interessant sein. So, 43 Leder. Was können wir denn noch wegschmeißen? Scheiße. So, eins brauchen wir noch. Ein Leder. Du hättest so nett sein können zu deinen Kollegen. So, du. Gib mir doch ein Leder, damit deine Freunde nicht sterben müssen. Jetzt habe ich eins. Sehr gut. Da ist unser Turm. Dann waren wir auf jeden Fall schon in der Wüste drin. Wir waren nicht so weit weg von zu Hause. Also, gehen wir jetzt mal nach Hause. Bin ich im Kreis gerannt die ganze Zeit eben? Eieiei, Christian, Christian, Christian. Dann müssen wir mal gucken, dass das Zuckerrohr wächst. Dass wir dann einen Zaubertisch machen können. Dass wir auf jeden Fall Glück, drei Spielzeuge gleich haben. Das war da nicht so ewig lange. Wo renne ich denn hin? So, hier wohnen wir doch. So, da ist ein Creeperloch. Zuckerrohr ist schon gut gewachsen. Sehr gut. Hier bringen wir erstmal Leder in Sicherheit. Papier haben wir oft noch ganz schön viel. Obsidian brauchen wir noch. Haben wir noch? Wir haben gar keine Diamanten. Verdammt, warum haben wir denn keine Diamanten? Naja, wir können auch so nether. Wir machen das netherportal einfach dann mit Lava-Eimer. Würde ich mal vorschlagen. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ui. Auf jeden Fall ganz schön viel Eisen. So, Enderperle kommt natürlich auch weg. Federn kommen weg. Fäden, Pfeil. Ah ja. So. Fleisch haben wir auch ein bisschen eigentlich noch. Okay, hätten wir nicht gebraucht. Egal. So, und dann gucken wir mal weiter. Wir haben schon sieben Bücher. Eieiei, wir hätten gar nicht so viel gebraucht. Ich bin doch dumm. Okay. Passiert. Menschen machen Fehler. Ich mach mal. Bin ich total bescheuert? Ich brauch doch nur Level 26. Oh nein. Ich hatte schon alles. Ich war jetzt... Mein Gott. Bin ich dumm. Wir hatten hier schon alles. Dann fehlt er jetzt. Aber wo ist meine Diamantspitzhöcke? Hatte ich nie eine? Och, scheiße. Gut. Dann gehen wir jetzt noch ein bisschen jagen. Gucken wir, dass wir vielleicht ein paar Tiere töten können. Um Level zu farmen. Genau. Ihr seid es. Dankeschön. Ach, so viel bringen die aber auch nicht. Egal. Ein bisschen was. Bin ich gleich auf Level 25. Dann das geschmolzene Eisen noch holen. Dann ein bisschen Kohle abbauen. Und dann reicht das doch schon. Brauchen wir jetzt nicht übertreiben. Ich bin so sauer auf mich. Warum bin ich denn so dumm? Das habe ich schon alles hier. Dummkopf. Riesengroßer Dummkopf. Dummbeutel, Dummkopf. Dummerchen. Scheiße. Dumm, 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 Dumm. Dumm, 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 Dumm. Ich will hier nicht Besuch bekommen. So. Ich bin jetzt echt enttäuscht. Ich höre auf. Kurze Folge. Kurze Action. Viel Spaß damit. Ciao.